Half-Crown war die englische Bezeichnung für die Münze zu zweieinhalb Schilling, das entsprach dem Achtel eines Pounds. Die ersten Half-Crowns wurden 1549 unter der Herrschaft von Edward VI. geprägt. Erst ab 1893 trugen die Münzen die Wertbezeichnung Half-Crown. Die Münze hatte ein Gewicht von 14,138 Gramm. Ihr Feingehalt betrug zunächst 925 Eintausendstel, ab 1920 nur noch 500 Eintausendstel. 1947 wurde die Silbermünze durch eine Kupfernickelmünze ersetzt. 1967 wurden die letzten Half-Crowns geprägt. Mit einem Wert von 12. Fünf neuen Pens entsprachen sie keiner der 1971 neu eingeführten Münzen des Dezimalsystems und wurden deshalb bereits ein Jahr vor der Umstellung aus dem Verkehr gezogen. Galerie 6 8 8 9 9 10 9 10 10